Und damit herzlich willkommen zurück zum Let's Play von The Walking Dead. Oh, da hat irgendwas gepiept. Ich hab grad mal geguckt, ich hab mir die neueste, also die neuere FRAPS-Version jetzt mal geholt. Ich hab nicht upgradet, ich hab mir kein Upgrade, also Update geholt in den letzten Wochen, Monaten. Weil ich war, weiß ich nicht. Ja, das Piepen kommt daher, aber das schau ich mir jetzt noch nicht an. Und ich hab jetzt rausgefunden, dass es FRAPS ja jetzt das ganze Ding, also die ganze Aufnahme nur noch in eine Datei schreibt. Hilft mir natürlich sehr beim Rendern, find ich sehr geil. Also, hätt ich früher wissen müssen. Jesus. Und da rutscht drauf aus, glaub ich. Ja, genau. Ach, Lee, du bist so blöd. Naja, jetzt hat er wenigstens schon mal die passende Deko. Jetzt kann er zum Zombie werden. Oh, was ist das denn? Ein Walkie-Talkie. Hm, Marshalls. Das ist ein Savannah-Area-Code. Aber das ist der Typ von Noten, die du einem Babysitter verlassen würdest. Ich glaube, dem Babysitter geht's nicht mehr so gut. Nichts mehr da, alles geplündert. Gucken trotzdem nochmal, ob noch irgendwas Nützliches dabei sein könnte. Sieht aber nicht so aus. Da ist eine Tasse mit Wasser. Er war ja toll, durstig. Das könnte helfen. Das hat anscheinend geholfen. Was ist das denn? Wir gehen jetzt mal in Piepen, ne? Wir gucken mal, was das ist. Wir hören uns das mal an. New Messages. Message 1. Left at 5.43 p.m. Hey, Sandra. This is Diana. We're still in Savannah. Ed had a little incident with some crazy guy near the hotel, so we had to get him back to the ER and have it checked out. Anyway, he's not feeling well enough to drive back tonight, so we're staying an extra day. Thanks so much for looking after Clementine, and I promise we'll be back in time before your spring break. Message 2. Left at 11.19 p.m. Oh my god, finally. I don't know if you tried to reach us. All the calls are getting dropped. They're not letting us leave and aren't telling us anything about Atlanta. Please, please, just leave the city and take Clementine with you back to Murrieta. I've got to get back to the hospital. Please let me know that you're safe. Message 3. Left at 6.51 p.m. Clementine, baby. If you can hear this, call the police. This 911. We love you. We love you. We love you. Holy shit. Was ist hier nur passiert? Was für eine kranke Scheiße geschieht hier? Daddy? Was ist das denn? Hello? You need to be quiet. Ich bin kein Monster. Wer spricht da? Geht es dir gut? I'm not a monster. Good. Okay. 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 Wie heißt du? Wo sind deine Eltern? Wie alt bist du? Wo sind deine Eltern? They took a trip and left me with Sandra. They're in Savannah, I think. Where the boats are? Bist du in Sicherheit? Are you safe? I'm outside of my treehouse. They can't get in. That's smart. See? Can you see me? I can see you through the window. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Fuck. Lauf, Lee. Lauf. Ja. Schönen Dank. Oh shit. Lauf. Ah. So ein Fuck. So ein Fuck. Gib mir den Hammer, Clementine. Gib mir den Hammer. Oh. Fuck. No. Nimm den Hammer, Lee. Oh. Und weg. Und Pitch Slap. Und Pitch Slap. Und Pitch Slap. Und Pitch Slap. Ins Auge. Yeah. Ins Auge. Die sieht nicht mehr so frisch aus. Oha. Und Lee aber auch nicht. Hi there. Ja, ich weiß es nicht. Ich vermute es. Etwas anderes tat es vor mir. Yes. It's okay. I think she was a monster. Das glaube ich auch. I think so too. You've been all by yourself through this. Yeah. I want my parents to come home now. I think that might be a little while. You know? Oh. Look. I don't know what happened. But I'll look after you until then. What should we do now? Nach Hilfe ausschalten, bevor es dunkel wird. Hier ab und sobald die Sonne untergegangen ist. Ist schwierig. Ich hab ja auch andere Let's Plays geschaut. Und die meisten, oder fast alle, nehmen immer nach Hilfe ausschalten, bevor es dunkel wird. Deswegen bin ich mir nicht so sicher. Ich werde es auch nehmen. Nehme ich es? Ja, ich werde es auch nehmen. Wir müssen Hilfe finden, bevor es dunkel wird. Ja. Es ist nicht sicher am Abend. Genau. Let's go. Bleib bei mir. Erstmal ins Händchen nehmen. Und jetzt geht's weiter. Lee sieht selber bald aus wie ein Walker, ey. Na dann lauf mal. Dann gehen wir mal. Was macht der denn? Oh. Dann gehen wir mal zum Tor. Oh Mann. Ich bin niemals mit Mama zu Hause. So weit. Das ist so schlimm. Ich muss mal diese Sprühdings da oben ausschalten, wenn ich aufnehme. Das nervt bestimmt übelst. Es ist so ein Raum-Erfrischungs-dings-gedöns da. Ihr wisst, was ich meine. Ich soll mich bleiben? Was? Ich will nicht in der Triehaus heute Nacht schlafen, aber ich weiß nicht, ob ich gehen soll. Was, wenn meine Eltern nach Hause kommen? Ich lasse dich nicht alleine. Ja, nicht. Lass uns gehen. Keine Ahnung. Ich werde dich alleine lassen. Well, let's go somewhere safe, that's close. Okay? That's a good idea. Find ich auch. Hey, man! Holy shit! Don't eat us! We're not gonna hurt you. Yeah. But for a second you and the little one, we're both gonna give us the chomp. Was machst du hier? Was ist hier denn los? Do you know what the hell this is? No idea. So you've seen them then? You could say that. I'm Sean. Sean Green. Lee. This is Clementine. I'm Chet. We shouldn't be out in the open like this. How about you help us clear the way and we'll take you and your daughter out of here and down to my family's farm. It should be safer there. I'm not a dad. Ich bin ein Babysitter. Ich bin ein Nachbar. Ich bin ein Babysitter. Das klingt gut. Ihr Eltern sind aus der Stadt. Let's get going. Staying put for too long as a mistake. What do you want to do? I... Komm mit uns. Your Monster is coming. We've got to go. Lee, quick. Let's go. Okay, we'll help him. And gleich nochmal. Okay. As Babysitter's go, I'd say your parents are you a tip. Ist ja sehr weise eine Einstellung. 12 Dallas 1. Let's go. 1. Wenn sie denn noch lebt. Den Sohn ist ein Lebensritter. Eine Übernachtungsmöglichkeit, lediglich Hilfe. Ja. Okay, dann. Well, sieht aus, dass du deine Beine ziemlich schlecht hast. Ja, es ist nicht so gut. Ich kann dir helfen. Sean, schau mal in und schau mal deine Frau. Du, schau mal auf der Bühne und ich will, was ich habe. Schmerzt höllisch, ist nicht so schlimm. Könnte schlimmer sein. Könnte schlimmer sein. Das ist so, wie es klingt. Es scheint, dass Dinge sehr schlecht in den Städten sind. Was sagst du, was dein Name war? Ich heiße Lee. Schön, dich zu treffen, Lee. Ich bin Herschel Green. Wie hat das passiert? Ich fiel hin. Auto ungefähr. Beim Springen über einen Zaun. Ich kann mich nicht erinnern. Ich erinnere mich nicht. Es ist verrückt da hinten in der Stadt. Es muss sein. Welcher Gefahr hat die Frau gesehen? Wer weiß. Wer weiß. Wer weiß. Sie hatte ein paar schuldige Tage, mit nichts, aber den Mord zu halten. Ich kann es trotzdem nicht vorstellen. Schau dir selbst Glück. Das Haus ist voll mit mir. Wir haben eine andere verletzten Familie von drei, die in der Bühne schlafen. Du und deine Tochter sind da willkommen willkommen. Und wir sind hier fertig. Ich bekam deinen Namen, darling. Clem... Clementine. Ich kann nicht erinnern, was du durchlebt hast, Clementine. Ich schaue nach ihr, bis wir unsere Eltern finden. Hey, Vater. Ich denke, ich denke... Erstens, morgen. Wir müssen die Pfanne um die Pfanne um die Pfanne. Das scheint nicht notwendig. Ich weiß nicht, was du auf der TV oder auf der Radio hörst. Aber es gibt ein paar ernstige Scheiße. Die Pfanne um die Pfanne. Ich glaube, niemand weiß, wie groß es ist. Dein Sohn hat recht. Ich würde mir nicht so groß sagen. Dein Sohn ist richtig. Du möchtest dieses Ort fortifieren. Dinge wie das hier nicht passieren, Sean. Vater, ich bin ernsthaft. Lee, komm mal. Sag ihm, was du da gesehen hast, Mann. Mein Mann wurde überfahren. Einen untoten Polizisten. Das klingt gut. Was machen wir dann? Wir werden wahrscheinlich nur auf dich schießen. Wir schünen es, drehen es und du bist gut. Okay. Das wäre gut. Es gibt die Pfanne in der Pfanne. Wir werden dich in der Pfanne. Wir sehen uns bald. Kommt morgen? Welche Weise du denkst? Towards Macon, ich denke. Okay, dann. Ja, ich muss ja die Folge dann gleich beenden. Und mal gucken. Es riecht wie... Dünger. Scheiße, weißt du. Dünger. Dünger? Dünger? Wie, wenn ein Hohes ploppt? Just like that. Ich vermisse meine Mutter und Vater. Ich warte, Cliff. Oha. Wir müssen in die Savanne. Ich liebe dich, Larry. Oh mein Gott. Was ist passiert? Wir schlafen halt. Wir haben gerade Frame ein Brüschchen. Ja. Ah, jetzt geht's wieder okay. Wie Dogging? Ausweichen? Oder Cracking? 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 Was ist denn das mit den Frames? Ah, Hilfe. Hilfe. Hilfe, ey. Well, Macon's on the way and personally I'd appreciate the company of a guy who can knock a couple of heads together if he has to. Ja. Kto kommen wir mit? Flasht? Ja. Ja. Das ist ein Plan, dann. Honey, Duck. Das ist Lee. Und, äh, was ist die Mädels name? Clementine. Clementine. Das ist ein sehr schönes Name. Danke. Na gut, wir müssen arbeiten. Wir haben alle gesehen, was diese Dinge können da sein. Also, desto schneller wir diese Brüschchen, desto besser. Ich möchte eine Brüschchen. Ja? Ich brauche einen guten Formen. Du kannst auf dem Trachter und schreien mich, wenn ich eine Wärme. Auf dem Trachter? Cool! Duck und ich gehen. Okay. Na dann mal los. So, wir können uns wieder frei bewegen. Und ich guck mal, was es mit dem Frame am Brüchen ist. In der nächsten Folge geht's dann weiter. Ja, das find ich auch. Ähm, ja, in der nächsten Folge geht's dann weiter. Wir sehen uns wieder bei The Walking Dead. Bis zum nächsten Mal.